Und auf Platz 2 ist Weston. Ich habe die Nachrichten, ich bin nicht Angst. Normalerweise Weston. Normalerweise Weston. Aber ihr seid nicht in der Kabine. Ich weiß nicht. Auf Platz 1 ist Salif. Salif? Stimmt das nicht? Zweiter Platz Salif. Und Platz Nummer 1 ist Weston. Was? Salif? Platz Nummer 2 bist du. Oh. Oh. Einer falsch. Hierbei, Mati hat keine einzige Stimme bekommen von den Fans. Ja, klar. Sie sehen keinen Tanz. Sie sehen keinen Tanz. Sie sehen keinen. Frage Nummer 2. Wer kann in der Mannschaft am besten kochen? Ja. Wo ist Benji? Ja, ich wollte das auch sagen. Benji. Wo ist Benji? Da. Oder würden sie Kalli sagen, weil er italienisch ist? Ich weiß nicht. Kalli? Nein. Benji. Ja, Benji. Ihr habt recht. Benji ist auch Platz 1. Benji. Platz 2 ist Schubi. Schubi? Ja. Ja, schon. Also ich koch gerne zuhause. Okay. Woher wissen die das? Oh, weil er sieht wie Ratatouille, der Chef. Ja, vielleicht. Frage Nummer 3. Wessen handwerkliche Künste reichen so gerade zum Glühbirnwechsel? Do you even understand the question? Nein. Nein. Ich hab die Frage nicht ganz verstanden, um ganz ehrlich zu sein. Wer ist handwerklich nicht begabt? Handwerklich? Ja. Wer kann nicht mit ihren Händen wirklich gut arbeiten? Ja. Du denkst, sie würden sagen Rabi, vielleicht? Nein. Wer ist hier? Mit den Händen? Das ist eigentlich sehr schwer. Oh, Mann. Rabi? Ja. Ich denke, sie würden... Normalerweise ist ein junger Typ. Ja. Aber ich weiß nicht, weil sie nicht wissen, wie wir sind in der Walken. Ja. Entweder Amin oder Rabi. Ich sage Rabi. Okay, dann gehen wir mit Rabi. Auf Platz 1 ist Nassim. Nassim? Auf Platz 2 ist Rabi. Ja, ja, ja. Okay. Aber es war ein junger Typ. Wir haben 50 Punkte. Ja. Frage Nummer 4. Wer lacht am seltensten? Wer lacht am seltensten? Die meisten, oder? Nein, nein. Die wenigsten. Die meisten. Lacht am seltensten. Diese schmer – das ist ein. Das sind Kerr. Und Shubi, und Ozan. Aber alle sind wirklich lachen. Vielleicht sehen sie mir auch, die Fans, die uns nicht in der Mitte sehen. Aber normalerweise ist Ozan, ich denke. Ich denke Schubi. Okay, jetzt du entscheiden. Ich sage für Rabi, du sage. Schubi? Vielleicht... Dieser Mann nicht. Okay, ich gehe auf eine Lippe. Das ist bestimmt falsch, aber... Das ist wie Schubi. Auf Platz 1, mit den meisten Stimmen mit Abstand, ist Alex. Alex? Okay, er ist auch zu sehen. Vielleicht ist er in Deutschland. Zwei? Juh! Hä? Oh, ich habe das. Ja, ich sehe das nicht. Okay. Das ist ein unfaires Spiel. Es ist unfair, weil die sind nicht mit uns in der Kabine. Ich denke, wir müssen denken, was die Fans sehen. Ja. Auf der Führung oder wenn wir zum Training gehen. Frage 5. Wer kommt morgens ohne ein Liter Kaffee nicht aus dem Bett? Ja. Ich würde sagen... 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 Aber sie würden wahrscheinlich sagen... Kalli oder... Basti. Ja, ich würde sagen... Kalli, Basti oder Lange? Das ist auf dich. Wo ist dein Gefühl bei Wut-Zenheim? Kalli. Kalli? Ja. Okay. Wir sagen Kalli. Kalli ist auf Platz 2. Auf Platz 1 ist Basti. Kalli. 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 Ihr Fans, ihr weiß gar nichts. Wir weiß... Nächste Frage. Wer wird als nächstes Papa? Das ist der nächste Frage. Vielleicht können wir sagen, weißt du? Ja. Wir wissen nicht, ob sie wissen. Oder wir können sagen, weißt du? Ich weiß nicht. Shit. Ja. Ich denke, wir gehen mit... Ich denke, Benji. Ich denke, Benji. Ich denke, Benji. Ich denke, Benji. Aber er ist okay. Aber er ist auch wieder? Der zweite Kind? Ja? Ja? Oder Borki. Ich weiß nicht. Oder Kalli. Ja. Er ist 31. Ja. Ja. Jetzt sagst du. Nein, ich sagst das letzte Mal. Ich sage es nicht. Alles Borki, Pasti, Rokali. Ja. Er ist echt. Ich würde sagen Borki. Okay. Ich sage Borki. Aufmer 1 ist Minito. Minito? Ja. Er ist wirklich. Das ist... Ich sage Borki. Wer ist dein nächster Bachelor? Wer ist dein nächster Bachelor? Wer ist dein Bachelor? Ja. Ja. Ich sage Borki. Du kannst nicht denken wie jemand mit einer Frau oder Frau oder Frau. Ja. Du kannst denken wie jemand mit einer Frau oder Frau. Du kannst denken aber du kannst sagen. Rabi. Ja. 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 Da kann ich sagen. Rabi, Omar, und Junjo. Ja. Okay, das ist zwischen Rabi und Omar. Okay, du sagst erst Omar, ja? Ja. Let's say Omar. Platz 1 ist Benji. Benji? Und auf Platz 2 ist Schöpfen. Schöpfen? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. 3 mehr. Wer macht jeden Morgen sein Bett? 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 Das ist wahrscheinlich Basti Bui oder Kawi... Oder Benji Es könnte Benji. Ich weiß nicht, aber für jeden Tag, das ist es sicher. Sie sind die Bestrein, die ganze Sache. Mit Kindern? Er ist hier der Longst und niemand weiß nichts über ihn. Sie sagen Benji, oder? Ja, ich denke, sie sagen Benji. Orlanga. Ja, aber wir werden so weit entfernt sein, dass sie Robby sagen würden oder sowas. All right, zwischen Benji und Laga, wer hast du? Benji. Benji. Ja, endlich! Nummer zwei ist Alex. Okay. Vorletzte Frage. Wen kann man ganz leicht reinlegen? Wer kann man die einfachsten pranken? Ich würde sagen, vielleicht... Amin. Ja, vielleicht. Wir gehen mit Amin. Amin oder... Salih ist relax, aber er ist nicht. Amin? Okay, wir gehen mit Amin. Das ist Robby. Robby. Wer war Platz? Alex. Alex. Oh my, Alex für alles. They think Alex is the... Letzte Frage. Wer hat schon einmal sein Handy im Mannschaftsbus vergessen? Wer hat schon einmal sein Handy im Mannschaftsbus vergessen? Ja. Ich glaube, sie würden auch sagen, wie ein junger Player. Ja. Wie Robby oder Amin oder mich? Was das passiert vorher? Ja, ich denke, du. Ich denke, du? Ja. Platz 1, Robby. Auf Platz 2, Amin. Und auf Platz 3... Ja. Ja, ja, ja. Ich habe alle 3. Ja, ja, ja. Vielleicht kannst du die nächsten Mal fragen, was sie denken, was wir sagen. Ja. So, es ist nicht eine gute Idee. Vielleicht anders. Vielleicht anders. Die müssen unsere Plätze reinsetzen, so in die Kabine oder so. Ja, euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Kein Problem. Bis zum nächsten Mal. Das war, wir haben unsere Fans gefragt. Subscribe here.